Moin Leute, ich wollte euch nur jetzt kurz was sagen, weil es geht dabei hier um einen gewissen Dummy, der Boy, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich habe eine Erfahrung mit dem gemacht, die ich jetzt nicht unbedingt toll fand, weil er, es war so, er hat gerade gestreamt. Und in dem Stream, ich kann es euch ja mal zeigen, hat er irgendwann, irgendwann hat er nämlich mich gebannt, obwohl ich ihm einfach eine Frage gestellt habe. Und weil ihm die Frage anscheinend nicht gepasst hat, hat er mich halt einfach gebannt. Und ich zeige euch die Stelle jetzt, wenn ich sie wieder finde. Warte, passt mal auf. Ja. So, warte, ich suche sie gerade mal für euch raus. Die Sache ist mir halt auch einfach, ich meine, ich habe ihr nur eine Frage gestellt und der ist ehrenlos und band mich einfach. Also, das war die Frage, warum spielst du eigentlich nur auf Handy? Das war erst erstmal eine Frage. Und ich habe einfach mal auch gefallen, ob ich mitspielen kann und so, keine Ahnung warum, aber ich habe es einfach gemacht. Und, ja. Und dann hat er, auf die Frage hat er halt einfach gesagt, ob ich mitspielen kann, nein. Okay, das fand ich dann auch, okay, ja. Kann ja sein, dass man halt keinen Bock hat. Fand ich vollkommen korrekt, aber dann habe ich ihm diese Frage gestellt. Hab's doch gesehen. Ich guck mal kurz, wann er dann... Hä? Du Dieb! Du Dieb, Alter. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Ich habe Rüstung. So, warte, da kam wieder bei ihm eine Meldung rein. Äh, also jedenfalls hat er auf, ähm, diese Frage hier geantwortet. Er spielt auf Tablet, nicht auf Handy. Das weiß ich auf jeden Fall. Hä, Junge, was glaubst du? Aber dann habe ich... Kippen, Kippen! So, warte. Also, dann habe ich geschrieben, ja, das ist doch dasselbe vom Handy und Tablet, so im Prinzip. Weil es ist ja beides dann Pocket Edition. Meinte ich halt. So, da. Siehst du da meine Frage? Nee, das ist nicht dasselbe. Er sagt einfach so, macht einen auf klug, sagt, ja, ist nicht dasselbe. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber ich weiß, du hast genau verstanden, was ich damit meine. Und du willst jetzt nur einen auf klug machen, aber du weißt genau, was ich meine. Dann habe ich geschrieben, gleich. Acht. Und dann habe ich geschrieben, vom Gameplay ist das dasselbe. So, mal gucken. Gleich kommen wir dazu, dass er mich, äh... Doch, doch, das ist ja alles schon wieder aufgebaut. Hä, wer ist die Roaming Papier? Er würde mich jetzt gleich, ähm, bannen, nur weil ich geschrieben habe, dass... Nur weil ich meine Frage noch mal quasi, meine Aussage noch mal klargestellt habe. Äh, warte, du bist nicht auf der Write-List. Äh, da kommt meine Nachricht rein. Wir sehen ja mal gleich, was dann er dann macht. Alter, warte mal, ich muss hier kurz jemand bannen aus dem Chat. Genau, jetzt bandt er mich, weil ich einfach nur, ja, hier... Ich weiß nicht, ob er mich nur bandt, weil ich, äh, in Großschrift geschrieben habe, aber... Es ist jetzt halt einfach so, das macht er dann halt auch so, hier, seht ihr, wie er mich bandt. Du bist auf der Write-List. Jetzt noch... So, dann hat er mich jedenfalls gebannt. Dann ging sein Stream auch irgendwann aus. Aber was ich euch jetzt einfach sagen wollte, Warum bandst du jemanden, der seine... Der seine... Frage einfach nur mal klarstellen will. Nur weil die Frage vielleicht nicht passt oder so. Sollte ich einfach mal gern von dir wissen. Also, von ihm jetzt, von dem her. Ich fand, am Anfang, habe ich so seine Videos gesehen, also, habe mir so gedacht, Oh, der scheint ja eigentlich ein kleiner, netter Typ zu sein. Ja, ganz okay. Ähm, tue ich ja mal unterstützen mit einem Abo und dann... Und dann tut der mich halt einfach... Tut der also eiskalt ehrenlos sein. Aber ich finde es jetzt auch eigentlich... Ich habe damit nicht so ein großes Problem, weil, ich meine, wofür soll mich das interessieren? Einfach nur... Mich regt es einfach nur auf, sowas. Und dafür, da würde ich halt mal eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen. Also, schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, was ihr insgesamt von diesem Typen haltet. Vielleicht kennt ihr ihn ja, also... Dann stelle ich jetzt auch nicht, warum der so viele Abos kriegt. Also, naja, ganz komische Sache. Okay, ich hoffe, ja, das war jetzt... Ich will jetzt auch nicht, dass ihr unbedingt dieses Video liked oder so. Ich will einfach nur, dass ihr das mal wisst. Ihr müsst mich dafür nicht... Also, ihr müsst keinen Like auf das Video geben, wenn ihr nicht wollt. Also, da finde ich es... Ihr müsst es sowieso zwar nicht, aber... Da bitte ich euch darum, gebt kein Like auf das Video. Also, damit ihr auch seht, ich will damit jetzt nicht irgendwie einfach nur Likes machen. Ich will einfach nur, was soll ich mal sagen. Also, dann... Habt noch einen schönen Tag. Anderes Badwars-Video kam ja heute schon. Also, würde ich sagen... Ähm... Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018